Handwerker-Geschichten im Lager Tom Hasendorf starrte auf sein Handy. Es klingelte bereits zum dritten Mal. Eigentlich hatte Tom sich auf das Winterloch eingestellt, wie sonst immer nach Weihnachten. Einen Hartz-IV-Weiterbewilligungsantrag hatte er bereits gestellt. Auf Toms Smartphone-Display blinkte aber ganz eindeutig der Kontakt auf Alex Spinner von der Leiharbeitsfirma Schwakowitsch Personaldienstleistung. Tom stellte sich den ungepflegten Buchhalter mit seinen schlechten Zähnen vor, wie er mit permanenten Achselschweißflecken im muffigen Büro hockte und billige Zigarren rauchte. Einen kurzen Moment war Tom versucht, den Anruf zu ignorieren und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Er arbeitete bereits seit drei Monaten als Leiharbeiter bei Schwakowitsch. Erfahrungsgemäß würden sie ihn in den nächsten Wochen ohne Inhab sägen, bevor die Probezeit vorbei war und Erkündigungsschutz bekam. Sie würden ihn, wie immer, gegen einen neuen Bewerber ersetzen. Vielleicht ein unqualifizierter Hilfsarbeiter, vorzugsweise ein Einwanderer aus einem Land mit niedrigen Sicherheitsstandards. Ohne Sozialversicherung wäre dieser auf den Job dringender angewiesen. Toms Lohn überstieg den Standard-Harts-IV-Satz um kaum 200 Euro. Den Aufwand war es an sich kaum wert. Vielleicht würden sie ihn aber doch behalten, wenn er sich weiter bewährte. Toms Daumen strich hoffnungsvoll über das grüne Telefonsymbol auf dem Display. Ja, hallo, Hasendorf? Hallo, Tom, hier ist Alex von der Firma, keuchte eine heisere Stimme aus dem Hörer. Hast du kurz Zeit? Na, Sichi, was gibts? Trompetete Tom ins Telefon und dachte, wie auf eine Wurzelbehandlung mit Betäubung. Ich hab nen Job für dich. Ist ein ziemlich dringender Einsatz. Also wenn du Zeit hast, kannst du heute schon abends anfangen. Ja, klar, als ob ich morgen nicht die Kündigung im Briefkasten hätte, wenn ich jetzt absag. Könnte ja sogar meine Oma gestorben sein, dachte Tom und sagte. Kein Problem, Alex. Ich hab Zeit. Also gut, antwortete der Geschäftsführer, aber nur, wenn's dir wirklich passt. Ja, klar, null Problemo, wo soll ich denn hin? Also, pass auf, keuchte Alex. Du kennst doch Firma Trader. Die bauen grad ein Suppe-Unternehmen aus. Brauchen Leute für Nachtschicht. Lager und Kommissionieren sieben-Stunden-Schicht. Kriegst Mindestlohn. Bei Bedarf Stapler. Dann 50 Cent die Stunde extra. Nachtzuschlag kann ich dir nicht zahlen. Muss erst den Kunden ins Boot kriegen. Der ist neu. Handeln das erst später aus. Du alter Geizknochen, dachte Tom und sagte. Okay, Alex, was krieg ich hin? Wo ist das Lager denn? Das ist ein kleines Problem. Hast ja kein Auto, rasselte Alex. Ist so ein bisschen draußen. Da fährt aber ein Bus. Musste sehen. So ein Witz, Bolt. Toms letzter Lohn hatte kaum für die Miete gereicht. Ein eigenes Auto, weit gefehlt. Kriege ich denn Kilometergeld? Fragte er. Nee, Google sagt, das sind nur 34 Kilometer von dir. Erst ab 35. Kann ich nicht machen. Genervt schaute Tom zur Zimmerdecke. Ist gut, mache ich, sagte er und dachte Sklaventreiber. Alles klar, japste Alex. Dann gebe ich dir jetzt die Position vom Einsatzort durch. Pünktlich um 20 Uhr machte Tom sich auf den Weg, um um 0 Uhr zu Schichtbeginn vor Ort zu sein. Zum Glück hatte Tom selbst nachgeschaut, ob er nicht doch irgendwie Kilometergeld rausschlagen könnte. Dabei war ihm aufgefallen, wie abgelegen sein Zielort war. Alex hatte ihm verschwiegen, dass der letzte Bus in das Café um halb neun fuhr. Das bedeutete, dass er vor Ort mindestens eine unbezahlte Stunde warten müsste, vor und nach der Schicht. Hätte Tom dies nicht bemerkt, hätte Alex den Anschiss bestimmt wieder auf ihn abgewälzt. Pah, immer auf die Arm. Sollte man selber mit anpacken, der Specki, ärgerte Tom sich. Immerhin hatten die Leiharbeiter dem Geschäftsführer die Finanzierung eines teuren Sportautos als Firmenwagen ermöglicht. Es wäre bei einem derart abgelegenen Einsatzort ja logisch, einen Leiharbeiter mit Auto zu schicken. Dann hätte der andere das Büro besetzen können. Aber dafür war Axel Spinner zu verwöhnt. Wenigstens hatten die von Schwakowitsch aber den Anstand, die PSA nach Vorschrift zu stellen. Zumindest so halbwegs. Bestimmt, weil ein Leiharbeiter nach einem Unfall geklagt und Recht gekriegt hatte. Für die Arbeitsschule der Sicherheitsklasse 3 hatten sie Tom dann dennoch, gegen die Vorschrift, 20 Euro abverlangt. Er dürfe sie dann aber auch behalten, falls er ausscheide. Kündigung vorprogrammiert. Leco mio, hatte Tom sich damals bereits gedacht. Der Schurzeln war gebraucht, aber in gutem Zustand. Die Arbeitsjacke aus Plastik auch. Letztere war kein Stück atmungsaktiv. Trotz mehrfachem Waschens verströmte sie einen penetranten, sauren Schweißgeruch. Wenigstens war sie wasserdicht und einigermaßen warm. Ergänzt wurde das Outfit durch einen schäbigen Blaumann, die billigsten Arbeitshandschuhe, die man für Geld kaufen konnte und ein abgenutztes Kattermesser ohne Wechselklinge. Dafür würde Tom das nächste Mal bei Alex im Büro wahrscheinlich einen vom Papst gesegneten doppelschriftlichen Antrag einreichen müssen. Wahrscheinlich schufteten die Arbeiter, die das Zeug herstellten, unter denselben miesen Bedingungen. Man ist ja auf der Arbeit eine große Familie. Hashtag Roffelkopter. Hoffentlich hat der Laden wenigstens den Pausenraum zum Warten, hoffte Tom. Als Tom die enthalte Stelle erreichte, war es bereits dunkel. Es rieselte Schneeregen, dazu wehte ein eisiger Wind. Als ein paar Hobby-Rennfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeirasten, zog er sich besorgt die Warnweste aus seiner PSA über. So lief Tom eine halbe Stunde an der schlecht beleuchteten Landstraße entlang. Dann kam endlich das Lagerhaus in Sicht. Hochleistungsfluter strahlten ein riesiges Firmenscheld auf dem Dach des eingezäunten Betonklotzes an. Der riesige Industriekomplex erhob sich aus der finsteren Brache wie ein riesiger Fetisch. Tom zündete sich mit Klammelfingern einen Joint an. Eigentlich hatte er ihn sich für die Pause aufheben wollen. Scheiß drauf, ich brauch sofort ne Dröhnung, dachte er und zog den Rauch tief in seine Lunge. Aus der Situation einfach das Beste machen. Abschalten. Aushalten. Nach einer weiteren Viertelstunde endete Toms Weg an einer Einfahrt, die mit einem Rolltor versperrt war. Daneben stand eine Fördnerbude. Es brannte Licht darin, war aber unbesetzt. Scheiße! Genervt suchte Tom nach einer Möglichkeit, um sich bemerkbar zu machen. Nach einer Weile fand er einen zweifelhaft aussehenden Klingelknopf und drückte ihn. Nichts. Warten. Tom drückte sich in den minimalen Windschatten der Bude. Irgendwie schaffte er, mit seinen gefühllosen Fingern eine rauchbare Zigarette zu drehen. Mann, bin ich ein Hartei, lobte er sich. Ein Schlipsi wäre jetzt schon am Rumheulen. Endlich öffnete sich der Seiteneingang vom Lagerhaus. Heraus kam ein untersetzter Wachmann mit Reflektorstreifen auf der Uniform. Aha, der Sicherheitshalbe, kalauerte Tom. In einer Hand hielt der Wachmann einen dampfenden Becher, im Mundwinkel hing eine brennende Filterzigarette. Mit aller Zeit der Welt fummelte er einen Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete die Tür. Dabei verbrühte er sich an dem Inhalt seines Bechers und fluchte heftig. Tom grinste schadenfroh. Eine weitere quälende Minute verging, bis der Pförtner sich aus seiner Jacke gepellt hatte. Anschließend walzte er sich in einen abgenutzten Schreibtestuhl und nippte an seinem Kaffee. Dann erst bemerkte er den wartenden Tom. Auf Knopfdruck ertönte das Knacken einer Gegensprechanlage, gefolgt von einem unfreundlichen »Gann ich helfen? Ist Privatgelände!« Knack. »Nein, du Vogel, ich stehe mir hier gern bei der Scheißkälte die Beine in den Bauch, dachte Tom und sagte. »Hasendorf von Firma Schwakowitsch. Scheffe sagt, ihr braucht Verstärkung.« Knack. »Schichtwechsel ist erst in Stunde.« Knack. »Weiß nicht, bin mit dem Bus hier, kommt nicht später. Kann ich vielleicht drinnen warten? Ist saukalt hier.« Knack. »Hast du Schreiben?« Knack. »Nee, Scheffe sagt, da drin weiß einer Bescheid. Opelt soll der heißen, lass Tom von einem zerknitterten Stück Pizzakarton ab.« Knack. »Opelt, da ist Schichtleiter von nächster Schicht. Ist noch nicht da.« Knack. »Ja, schon klar. Kann ich denn drinnen warten?« Knack. »Muss ich telefonieren. Warte.« Knack. »Na endlich«, dachte Uwe. Der Wachmann griff nach dem Hörer eines Telefons, das anscheinend aus der Steinzeit stammte. Dann drehte er in Zeitdupe an der Wellscheibe. Wiederwarten. Endlich schien sich jemand zu melden. Der Pförtner wechselte mit dem anderen einige Sätze und legte dann auf. Knack. »Kommt gleich eine. Rauch am besten Zigarette.« Knack. »Alles klar, Mann. Danke.« Es verging eine weitere Zigarettenlänge. Dann öffnete sich der Seiteneingang erneut. Ein hagerer Mann mit der Arbeitskleidung der festangestellten Lageristen schlurfte über den Hof. Sein Schädel war kahlrasiert und wie eine Bowlingkugel poliert. An der linken Hand fehlten ihm Mittel- und Ringfinger. Der Hagere klopfte an die Tür der Pförtnerbude. Eine weitere gefühlte Ewigkeit verging, bis der Wachmann sich aus seinem Stuhl gehievt und die Tür geöffnet hatte. Schließlich stand der Lagerist hinter der Scheibe vor Tom. Knack. »Mein Kollege sagt, hier gibt's Probleme. Kann ich Ihnen helfen?« schnauzte er. Knack. »Hasendorf von Firma Schwakowitsch«, sagte Tom sein Sprüchlein auf. »Soll hier arbeiten. Bin ein bisschen früh dran. Der Bus fährt so komisch.« Knack. »Wisst ein Leimerlocher, oder was?« Knack. »Ja, genau, Hasendorf von Firma Schwakowitsch.« Knack. »Sag das doch gleich!« Knack. »Arschloch«, dachte Tom. Der Lange musterte ihn misstrauisch. »Ein deutscher Leiharbeiter ohne eigenes Auto bei so einer miesen Schicht?« »Gleichgeistig zurückgeblieben?« »Oder ein Ex-Knacki?« »Oder nur ein armes Schwein mit einem miesen Job?« überlegte der Lagerist und entschied sich für alle drei Möglichkeiten. Tatsächlich war Tom gelernter Lackierer. Nach der Lehre hatte ihn der Betrieb nicht übernommen. Nun versuchte er, sich irgendwie über Wasser zu halten. Ein zwei Jahre alter Eintrag wegen Schwarzfanz war der einzige Vermerk in seiner Polizeiakte. Knack. »Kann's reinkommen?« Knack. »Na endlich!« Diesmal hätte Tom es fast laut gesagt. Der Wachmann drückte einen Knopf neben der Gegensprechanlage und das Tor fuhr automatisch zur Seite. Der Lagerist führte Tom über den Hof zum Seiteneingang. »Bin der Schichtleiter! Frank, kannst im Pausenraum warten, wird aber nicht bezahlt!« »Schon klar«, sagte Tom und dachte, »Arschloch!« Der Pausenraum war ein ungeheizter Raum neben den Toiletten. Das vergitterte Fenster stand sperrangelweit offen. Trotzdem stank das Zimmer erbärmlich nach Kippenqualm und angekokelten Zigarettenfiltern. Irgendwelche Witzbolde hatten Sprüche wie »Arbeit macht frei« und »Zickzack Hunerscheiße« an die abbröckelnden Wände gekritzelt. Eine kalte Neonlampe beleuchtete den zerkratzten PVC-Boden. Ansonsten enthielt der Pausenraum nur einen lädierten Tisch, einen überquellenden Aschenbecher, verbogene Klappstühle, einen Mülleimer und Automaten mit Instant-Kaffee und Süßkram. »Muss zurück zur Schicht! Du wartest hier! Da kannst du dir eine Plörre ziehen, klar?« »Na, sichhi, Frank!« Der Lagerist musterte Tom ein letztes Mal so prüfend, als ob er einen gemeingefährlichen Psychopathen die Zwangsjacke abnehme. Dann verschwand er. »Klar, als ob du nicht noch irgendwo einen Glimmstängel reinziehen würdest«, dachte Tom. Apropos erstmal eine Paffen. Nebenbei fütterte Tom den Automaten so lange mit Münzen, bis dieser einen Plastikbecher mit Fadenkaffee ausspuckte. 23 Uhr. Tom schloss das Fenster und drehte den alten Heizkörper voll auf. »Glück gehabt, fängt an zu blummern und wird warm«, freute er sich. Dann zog er einen zerfledderten Groschenroman aus der Tasche, setzte sich auf einen Stuhl und begann zu lesen. Pünktlich um Mitternacht fand der Schichtwechsel statt. Die Festangestellten kamen fast alle mit einem eigenen Auto. Fahrgemeinschaften gab es kaum. Erst jetzt erfuhr Tom, dass ein Shuttlebus von einer S-Bahn-Haltestelle fuhr. Diese lag jedoch in der entgegengesetzten Richtung. Aus dem Bus stiegen fast ausschließlich Leiharbeiter. Tom hatte munkeln hören, dass Manager sich so um die Gewerkschaftspflicht drücken. Die Lagerhalle war ein gestreckter, langer Bau. Im vorderen Teil befand sich eine Laderampe. Dort wurden LKWs mit Gabelstaplern B und Entladen. Im hinteren Teil der Halle war ein kompliziertes System aus Fließbändern installiert. Hier luden zumeist Leiharbeiter Kisten von angelieferten Paletten auf das Fließband und umgekehrt. Schichtleiter Oppelt war ein älterer Mann mit einem Schmerbauch und Vollbart. Er wies Tom ein. Stechkarte und Spind gibt's noch nicht. Mal sehen, wie du dich machst. Bis dahin musst du dein Zeug irgendwie bei dir behalten. Hast du schon einen Zettel dabei? Nee, weißt du, bin zum Spaß hier, du Witzbold, frotzelte Tom sich selber und sagte, klar. Also pass auf, erklärte Oppelt, nimmst du hier den Scanner, machst dir immer sechs Kisten. Dann packst du die aufs Band, musst du aufpassen, der Code immer links. Verstanden? Na, sichi. Gut, da hinten ist eine Raucherecke, da kannst du zwischendurch eine rauchen gehen, aber nicht ständig. Unterschreib hier nochmal die Sicherheitsunterweisung. Kennst du, oder muss ich sie dir erklären? Nee, kenn ich schon, sagte Tom und dachte. Damit's auf dem Papier schön ordentlich aussieht, aber wehe, man besteht mal auf sein Recht. Dann ist die Kacke am Dampfen, ey. Tom unterschrieb seine Unterweisung und begann mit der Arbeit. Scannen, packen, scannen, packen, scannen, packen, Palettenwechsel. Scannen, packen, scannen, packen und so weiter. Gegen halb zwei Zigarettenpause. Die Raucherecke war ein Kabuff aus ausrangierten Bürotrennwänden. Darin stand eine klapprige Bierbank und der obligatorische überquellende Aschenbecher. Eine rauchen, dann wieder scannen, packen, scannen, packen, scannen, packen. Kurz nach zwei Uhr ertönte plötzlich ein ohrenbetäubendes Hubsignal und ein gelbes Licht auf einer Stange fing an zu blinken. Das Fließband stoppte abrupt. Was ist denn jetzt schon wieder? fragte Tom sich ratlos. Hatte er etwas falsch gemacht? Nein. Anscheinend eine Panne auf einem anderen Band. Die Angestellten hatten bisher in einem weiteren Kabuff gesessen. Jetzt fingen sie an, hektisch durcheinander zu rennen und in Walkie-Talkies zu sprechen. Kurz darauf trat Oppelt heraus in der Hand ein Megafon. Hey Leute, hört mal her, wir haben Produktionsstau. Bleibt aber mal alle auf eurem Posten. Geht gleich weiter. Zehn Minuten später kam ein Mechanikertrupp in einem kleinen Elektroauto in die Halle gerollt und machte sich am hinteren Teil der Anlage zu schaffen. Tom schloss sich eine Gruppe Leiharbeiter an, die sich stoisch in der Raucherecke gegenseitig kippen wie ins Gesicht bliesen. Anscheinend passierte so etwas hier öfter. Scheißanlage, alles im Arsch, fluchte ein Arbeiter. Ach was soll's, fürs Nichtstun bezahlt werden ist doch auch nicht schlecht, erwiderte ein anderer. Hauptsache Schirr geht rum, mir Kurwa was mach, wenn zahlt, knurrte ein anderer. Echtmal ist was wie Urlaub, kalauerte der Nächste. Fien, weißt du noch, als es noch keinen Mindestlohn gab? Das war eine Schufterei, er sagte der Erste. Selbst die Polen hatten den früher. Es ist trotzdem moderne Sklaverei, erwiderte Tom. Die anderen Leiharbeiter nickten zustimmt. Der Neue war einer von ihnen. Schließlich lief das Band wieder an. Die Leiharbeiter schnippten ihre Kippen in den Aschenbecher, ohne sie auszudrücken, und gingen wieder an die Arbeit. Scan, packen, scan, packen, scan, packen, von drei bis vier Pause. Unbezahlt. Also doch nur sechs Stunden Schicht. Scheiße, stellte Tom fest. Tom ging in den dreckigen Pausenraum zurück und spülte ein trockenes Käsebrot mit einem Becher Automatenkaffee runter. Dabei unterhielt er sich mit einem anderen Leiharbeiter. Paul, so hieß er, roch nach Dönerfleisch, als ob er sich von nichts anderem ernähre. Tatsächlich war auch sein Pausenbrot ein kalter Döner, den er aus der Alufolie regelrecht herauslutschte. »Frühnachstiger, bin eigentlich Elektriker«, mampfte Paul. »Habe auch nichts anderes gekriegt. Jetzt pimmel ich hier meine Zeit ab und warte, dass mein Alter abkratzt. Dann erbe ich schön und mache einen Club auf.« Ab vier Uhr ging Tom wieder seiner eintönigen Arbeit nach. »Scan, packen, scan, packen, scan, packen, Palettenwechsel, scan, packen, scan, packen« und so weiter. »Voll langweilig«, ärgerte Tom sich. »Auf dem Bau läuft immer ein Radio.« Viertel vor sechs gab es einen weiteren Produktionsstau. Offenbar hatte ein Lkw-Fahrer eine Panne. Tom zog sein Smartphone aus der Tasche. Mal kurz Facebook checken. »Mach mal besser dein Handy aus«, sagte der Leiharbeiter neben ihm. »Das sehen die nicht so gerne hier. Wegen Bilder von Betriebsgeheimnissen. Gerne rauchen oder so.« »Super, Lungenkrebs vor Internet surfen. Ist ja auch das erste bekackte Fließband der Welt«, bedankte Tom sich und pilgerte erneut zu den Freunden des blauen Dunstes. Dieses Mal rauchte er gleich drei Zigaretten hintereinander. Das monotone Flimmern der Scheinwerfer nervte ihn und er sehnte sich nach dem Feierabend. Tom war so müde, dass er ernsthaft erwägte, den Shuttlebus zur S-Bahn-Station zu nehmen. Der Umweg kostete einen Aufpreis, den er sich kaum leisten konnte. Dafür wäre er aber früher zu Hause. Mit letzter Kraft schleppte Tom sich zurück ans Fließband. »Skannen, packen, skannen, packen, skannen, packen, Palettenwechsel.« Der Gabelstaplerfahrer sah so genervt aus, wie Tom sich fühlte. »Skannen, packen, skannen, packen, skannen, packen, Palettenwechsel.« Schließlich sprangen die Zeige der großen Wanduhr auf sieben. »Na, endlich!« Dieses Mal sagte Tom es laut. Sein Stoßseufzer war jedoch verfrüht. Nun musste er noch zu Oppelt, wegen dem Stundenzettel. Er schlurfte also zum Kabuff, indem er den Schichtleiter vermutete. Tatsächlich saß Oppelt an einem Schreibtisch und telefonierte. Durch die dreckige Glasscheibe in der Tür winkte er Tom herein. »Ja, mach ich, Schatz,« sagte er gerade in den Hörer. »Jetzt muss ich hier aber noch die Leiharbeiter fertig machen. Es ist Schichtwechsel. Bis nachher.« Dann wandte er sich Tom zu. »Und, wie Fins?« Zum Kotzen, wollte Tom sagen, brachte aber nur ein »Ist okay« hervor. »Wennst du morgen weitermachen?«, fragte Oppelt. »Nicht die Spur,« dachte Tom und sagte, »Na, sichi.« »Dann kommst du morgen um die gleiche Zeit. Gib mal den Stundenzettel.« Zehn Minuten später stand Tom wieder vor dem Stahltor bei der Förderbude. Der Shuttle war bereits ohne ihn abgefahren. Der erste Linienbus fuhr erst um halb neun. Tom erinnerte sich, dass er kurz vor der Bushaltestelle eine Tankstelle gesehen hatte. Dort würde er sich erst einmal ein paar Feierabendbierchen holen, um diesen deprimierenden Tag aus seinem Gedächtnis zu löschen. Tom wanderte an der noch dunklen Landstraße entlang. Die LKWs pumpten ihm blau-schwarze Abgaswolken ins Gesicht. »Der Motor der Wirtschaft«, witzelte Tom. »Wie eines schlechtes Witzes tücke die Lohnabrechnung mir zur Hand.« »Durch Leiharbeit zu meinem Fruste ein niederträchtig Unterpfand.« »Mit Handdienst mach ich meine Mücken, niemals ward ein Esel reich.« »Wie doch ich Widrigkeiten trutzte, mir zunutz wie auch für Euch.« Sie hörten Handwerkergeschichten im Lager. Eine Kurzgeschichte von Tobias Ian Forrester Ein Hörbuch von Forrester Productions aus dem Jahr 2018 Autor, Produzent und Leser Tobias Ian Forrester